Ich weiß genau, was ihr denkt. Wie konnte das nur passieren? Nun ja, das ist eine lange Geschichte. Asgard ist tot. Hey, hier. Was hast du mir heute gebracht? Sag es mir. Ein Herausforderer. Es folgt die Hauptattraktion. Und jetzt präsentiere ich euch den Unglaublichen. Wir kennen uns. Er ist ein Freund aus der Arbeit. Ach, komm schon. Tor. Tag der Entscheidung. Ich bin nervös. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017